Wow, ihr Pferde-Nerds und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischen-Minecraft-Folge. Die liebe Jana hat bereits wie viele Folgen so zwischendurch schon aufgenommen? Das weiß ich noch nicht genau, wie viele ich es teile. Okay, gut, also schon ein paar. Also wenn ihr euch jetzt wundert, was zur Hölle wir hier machen, schaut hier bei Jana mal vorbei. Und Dennis und ich sind jetzt quasi mal mit dazu gestoßen und wollen jetzt hier ein bisschen in der Höhle mit Stunk machen. Und werden netterweise noch mit Klamotten ausgerüstet. Was macht Marlina mit dem Kopf? Ja, genau. Genau das. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Ja, das ist dann für Steffi. Ich hab die ja einfach nur rausgespielt. Nein, jetzt hat Jana sie jetzt... Das läuft gut. Ich glaub, die ist zu klein. Oh, Manno! Ey! Kann die jetzt bitte nehmen! Dann brauchst du nur noch Helme, ne? Achso, und ich bräuchte noch ein Schwert. Das ist ja nicht schlecht. Ja, dann kann die auch gleich ein Diamantschwert haben. Eisen würde mir eigentlich auch erstmal für dich beitragen. Ein bisschen Eisen, wenn ich mir eine Spitzsacke machen kann. Eisen ist im Ofen. Das dauert noch einen Augenblick. Aber ich brauch auch noch... Mein Spitzsacke ist auch kaputt. Soll ich vielleicht einfach im zweiten Ofen hinsch... Ja, wir sollten einfach mal ein bisschen hier noch ein bisschen Eisen brennen, noch einen Augenblick warten. Also ein Backpack... Ja, hast du jetzt den Helm gekriegt? Ja. Ich hab noch keinen. Achso, wer sich übrigens wundert, meine Webcam ist kaputt. Die will nicht mehr mit mir reden und deswegen gibt es keine Facecam heute. Marlin, rutsch mal einen halben Meter. Ja, die ist heute kaputt gegangen. Das sage ich allerdings in der Folge morgen von Riding Club auch nochmal. Also nicht wundern. Ja, dann gib mir immer da deinen Redstone, was du alles hast. Dass ich die zu Blöcken machen kann. Zu viel Eisen im Blut erreicht. Alles klar. Hast du das Eisen gegessen, Dennis? Oder warum hast du zu viel im Blut? Ich hab nicht mein nattes Eisensatz gekriegt. Achso. Verstehe. Hast du was hauen? Du willst was hauen? Jana, darf ich nicht hauen. Hau dich selbst. Ja, das könnte wehtun. Ja. Unter Umständen. Oh, jetzt auch mit dem Schwert. Ich bin ja krank. Ja, okay. Das kostet mich so an, dass man mit dem Schwert nicht mehr blocken kann. So essen. Ist das normal, oder wie? Ja, ja. Ach nee, du müsstest vorher noch eins. Oh, die hat Fackeln. Ich bin... Ja, ich hab noch ein paar. Ja, ich bin überhaupt nicht ausgestattet. Ich hab auch kein Holz mitgenommen. Ich hab fünf Fackeln. Ganze fünf. Danke schön. Das hab ich für in 60. Kann dir welche abholen. Sehr gut. Habt ihr noch was? Ich hab noch zwei rohe Fleischstücken. Ich hab gar nichts zu essen. Ja, gut. Ihr seid ja richtig gut vorbereitet hierher gekommen. Ich hab ja auch bis jetzt nur ein oder zwei Folgen mitgespielt da oben bei anderen. Ach, Steffi, ich hab immer noch deinen Helm. Warte. Yeah. Ja, ich hab auch noch keinen Helm auf. Zack. Ich hab nur einen. Also jetzt nicht mehr. Die sind halt voll die Profis, würde ich mal sagen. Irgendjemand muss noch einen Helm haben. Steffi, hast du noch einen? Nein. Nee, ich glaub, den hat der andere, wo du noch nicht macht. Warte. Anzaubern. Und plopp, plopp. Vielen Dank. Wir haben auch echt nicht mehr so viel Holz. Wow. Marleen, hast du noch Holz? Ich hab noch Holz. Also ich hab auch noch ein bisschen was hab ich noch, aber nicht mehr so viel. Ich hab noch zehn Stämme. Ah ja. Ich hab witzigerweise auch einmal Birkenholzbretter. Warum hab ich denn einmal Birkenholzbretter? Das ergibt einfach mal so null Sinn. Jana, wie viele Schienen hast du? 30. Dann geb ich dir mal meine mit ab. Oh, ihr habt Schienen bekommen? Super. Wir haben nämlich Schienen mitgenommen aus der Mine. Oh Gott, das glaub ich auch noch ein. Weil für unsere Zugbahn. Ja, super. Wobei ich festgestellt habe, dass wir alleine irgendwie knapp 400 Blöcke auseinander sind. Also das sind 400 Schienen. Ja, das wird mir ein bisschen mehr. Das ist leicht. Wir räumen schon auf Eisenbahnenbrütteln und Eisenbahnenbrütteln. Ja. Da ähm. Ja. Haben wir es schon. Das kann man bestimmt beliebig verkünsteln, das Ganze. Ja, einen freiwilligen Helfer auf jeden Fall dabei. Ja. So, haben wir jetzt was? Sollen wir mal das ganze Eisen noch bei irgendwem stecken? Jetzt gibt's auch die Schnauze. Wante. Ja. Wir können ja auch eine Truhe hier hinstellen und Sachen hier lassen. Nee, wir kommen nicht mehr zurück. Wir finden nicht ohne zurück. Das wird noch. Es wird auch wieder in Freibuddeln enden, das Ganze. Hast du noch Platz für Eisen? Für 21 Eisen? Ja, gib Eisen ab. Ich mach das letzte Blöcke. Ich hab auch noch Eisen. Ich hab gar nicht mehr Platz, wenn ihr mir was geben wollt. Alles heranlernen. Mom, mom. Okay, dann mach ich jetzt mal die Öfen leer, oder? Ich würde gerne das Fleisch nochmal noch schnell noch braten. Wenn du irgendwo Platz machst, dann hau ich das da rein. Ja. Da, wo obere, der brennt. Großartig. Ich muss was essen. Ich bin so einfach mal gar nicht richtig vorbereitet. Egal. Ich weiß übrigens mittlerweile, wie man ganz coole Unterwasser-Eingänge bauen kann. Nachdem du dein Haus ertränkt hast, oder? Nee. Ich hab mir ein paar Videos angeguckt. Ich hab da eine ganz coole Variante gefunden, die mir... Die Öfen kann es mal halten. Ich dachte, vielleicht magst du die tragen. Du hast sie auch wieder abgesammelt. Ach, komm schon. Hier. Los. Nee, nee, es geht schon, aber... Ich hab die, ich hab die. Mann! Hä, hast du die jetzt alle? Also alle. Dann kannst du den dritten auch noch nehmen. Braucht den oben noch jemand? Hast du da noch Essen drin? Nee. Das waren ja nur zwei Stücken. Den hab ich... Den hab ich nicht. Den hab ich direkt oben. Das ist... Dann kann die Werkbank auf der Werkbank, oder? Das fängt richtig gut an. Jetzt müssen wir nur noch heile rauskommen, ohne gleich alle zu sterben und uns gegenseitig umzubringen. Oh. Beides nicht? Wow. Okay, okay. Wir machen mal ganz vorsichtig das Loch auf. Also ich hab noch ungefähr einen Plan, wo wir... Es steht keine Spinne davor. Ihr könnt mal die Fackeln mitnehmen. Oh, jetzt ist meine Pickel kaputt. Gut gemacht, Janu. Ja, großartig. Es geht ja weiter wie auf Twitter. Also, diese Folge, die wir gestern aufgenommen haben, es ist Romantik pur. Ja, ehrlich. Also, ich freu mich drauf. Bitte, bitte schnell umeinbringen. Malin, die Dings da waren, glaube ich, hier lang. Oder? Wo war der Spawner? Wir wollten da oben hoch. Ach ja, da oben, genau. Ja, ich weiß wieder. Was? Da hoch? Au! Ja, da hoch. Mal weg hier. Warte, ich muss mir erst was zum Steckenhaus holen, warte. Ich hab nämlich nichts zum Stecken gerade. Ich buddel mich hier mal ganz kurz rein. Dum-di-dum-di-dum. Bum, bum. Noch mal der Jana hinterher, die hat einen Plan. Ja. Das ist immer eine gute Idee. Creeper! Ich glaub, bei der Jana hinterher, die hat einen Plan. Creeper! Oh, ich hab Kohle gefunden. Ich hab die getötet. Der ist nicht exklusiert. Du kannst wieder hochkommen. Okay. Ja, ich hab auch gerade Kohle. Ich muss euch noch hinterherlaufen. Ja, Kohle haben wir schon richtig viel, glaub ich. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ich überlege auch gerade. Eigentlich haben wir so gut wie keine Kohle. Ja, weil wir haben die dann alles liegen lassen. Oh, Leute, ich hab hier ein Loch gefunden. Oh, das war ich nicht. Ich war da. Wo wirst du denn? Du wirst nicht machen? Nee, ich musste mir erst noch was zum Hochstecken holen und dann hab ich Kohle gefunden. Oh, du bist hier eine Treppe. Was? Eine Treppe? Ja, Treppe. Oh. Ups. Wir müssen aber da, wo ich mich jetzt reingebuddelt hab, da müssen wir auf jeden Fall noch mal reingehen, weil da geht's irgendwie, glaub ich, weiter. Hier ist ne Treppe? Okay, warte mal, wo seid ihr? Ach, da oben. Ach, da Treppe. Wie praktisch. Ja, den Spawner? Weiß ich, klingt... Aber auf jeden Fall die Giftspinnen. Oder? Ja. Oh Gott. Ach, ja, okay, nee, wir müssen da nicht wieder zurück. Da war ich schon. Also, da war ich noch nicht, aber... Da hab ich mich, glaub ich, durchgebuddelt. Versehentlich. Wollen wir da weiter runtergehen? Hier unten waren wir ja schon, glaub ich. Nee, hier waren wir noch nicht. Nee, wir haben Minecraft gefunden. Du wolltest doch Eisen. Minecraft mitnehmen. Oh, Eisen ist gut. Was ist gut? Oh, eine Kiste. Da war die Zombie. Was drin? Ja, war... Ähm, 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 ähm... Wieder Schienen drin. Und Name Tag. Was ist das denn? Huh. Kürbiskerne. War nicht schlecht. Und ne Schiene noch, Jana. So, wo seid ihr? Äh. 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 Ja. Hier sind noch Schienen. Soll ich die mal mitnehmen? Kannst du eigentlich tun? Äh, ganz normal... Einfach irgendwie. Achso. Gut, dann sammle ich die mal ein. Huch. Äh. Opsa. Oh ja, Müll hier lassen. Sehr gute Idee. Ich gerade auch nicht. Aber wir werden uns schon finden. Oh, Eisen! Marlene, ich hab deine schöne Rose, die du mir geschenkt hast, jetzt weggelegt. Oh nein. Wir sind runtergesprungen. Irgendwo. Irgendwo. Oh nein. Das ist meine Kiste. Ich mach jetzt mal den ganzen Schmarrn wieder einsam. Ich hab Smythe 4 gefunden. Ah, da. Nice. Hallo, Skelett. Ja, ich weiß, dass du aufmerksamkeit willst. Oh, ich habe mir viel. Ah, jetzt auch nochmal Eisen. Na, das lohnt sich ja voll. Das war doch eine gute Idee. Warum seid ihr eigentlich in die Mine gegangen? Ähm, das war eine gute Idee. Ja, okay, gut. Nein, wir waren eigentlich, waren wir mit der Höhle, mit unserer Höhle waren wir eigentlich fertig. Und dann haben wir die Mine gefunden und dann dachten wir uns... Ja, dann darf ich mal sehen. Läuft. Ja, die gehen hier nach oben. Guckst du auch? Ja. Nee, da ist nicht, da geht es nicht weiter. Ich habe die durchgebuddelt. Wir müssen die Minecarts mitnehmen, Jungs. Ah, das ist hier die, äh... Hä? Habt ihr hier Sachen weggeschmissen in der Kiste, oder was? Was müssen wir denn hier nennen, Jungs? Minecarts zu unserem Zug. Du meinst die Schienen, ja. Ich sammle überall Schienen ein. Nee, nee, nee. Nee, die Züge, die Lohren. Die Lohren auch. Ja, ab und zu auch Kisten, ja. Ja, gut. Ja, gut. Das überlasse früher. Ich nehme die Schiene noch. Ja. Hä? Warum lass den hier immer wieder Eisen? Oh ja. Wie war ich studiert? Das war ich. Ach, das bist du ja, Dennis. Ja, weil wir haben ja schon Stacks Eisen oder so. Meins. Ey, was? Mann. Meins. Oh, ich habe noch einen Gang gefunden. Da steht aber direkt ein Skelett. Möchte jemand kommen und mir helfen? Ich würde ja gerne. Huch. Von wem kam jetzt das Hai? Ich bin gerade überfordert. Hi. Oh, Spinne. Hui. Aber keine Giftspinne. Meine Pickaxe ist kaputt. Ich glaube, wir brauchen mehr Kohle. Ich habe fast keine Fackeln mehr. Ich habe noch 30 Kohle oder so. Gut. Ich kann mir auch Fackeln abgeben. Ich habe nur noch den 4.6 zu der Stapel. Ach ja, stimmt. Autsch. Hm. Das ist lustig. Immer so die Stimme aus dem Offen. Ich habe keine Ahnung, wo ihr eigentlich genau seid und was ihr da macht. Ich mache gerade Schienen hinterher und damit geht. Boah, hier geht es jetzt wieder zurück in die Höhne. Ihr habt den Spawner gefunden. Äh, ungeil? Ja. Wo? Ich bin da nicht alleine rein. Ich bin jetzt hier gerade an einer Kiste. Aua. Ja, Kisten ohne Lohren sind in der Regel unser Müll. Okay. Die sind ganz böse. Die halten auch Sonne aus. Ich bin hier gerade an einer Stelle, wo an einer Ecke Lava ist und an einer anderen Ecke Wasser. Sagt euch das was? Ich habe eine Krotte. Ach, da hinten seid ihr. Nee, keine Ahnung. Da seid ihr nicht da vorbeigekommen. Dann muss ich wahrscheinlich hier lang. Ah, ich habe euch gefunden. Sehr gut. Ja, aber ich habe euch nicht gefunden. Warum? Ja. So. Hier, runter. Und links in der Ecke. Ah, oh, ein Creeper. Hilfe. Ich mag keine Creeper. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Dennis? Ach, du bist da hinten. Ja, ich habe gerade Kohle gefunden. Ja, der Creeper steht zwischen uns. Oh, Jana. Wollen wir mal kurz neue fackeln? Ich kann bloß nicht zu dir hin, weil dann müsste ich an dem Creeper vorbei. Das ist ja irgendwie doof. Oh. Hä, aber das sind ja keine Cave Spiders, oder? Oder sind die bei dir grün? Doch, doch, das sind die. Ah, okay. Dann schauen die in meinem Texture Pack irgendwie anders aus. Ja. Oh, au. Gehst du weg da? Ich kämpfe gerade mit einem Skelett. Bei dem Spawner. Ja, da woll... Aua. Was ist denn hier los? So nach unten. Hä? Nee, das bin ich gar nicht. Die holen noch nicht. Soll ich ihn abbauen? Ja, baue ihn ab, ganz schnell. Sonst sind wir tot, bevor wir wieder durch sind. Au. Ah. Wo seid ihr denn? Nicht völlig versucht. Ah, warte mal, da sind doch Namen. Da. Da, hä? Nicht runterkommen jetzt. Nicht runterkommen. Ach. Hä, seid ihr unter mir? Was ist denn? Wie geht das denn? So, ab war. Wir sind unter dir. Gut. Ich verstehe bloß nicht, wie ihr da hingekommen seid. Da ist Dennis. Boah Gott, da kommen noch welche von oben. Ey, Mali, ich sterbe gleich. Ja, ich hab auch nur noch nie gehört. I need your help. Ich verstehe auch nicht so ganz, wo sie sind. Ich laufe hier gerade nur im Kreis. Warte, ihr könnt runterkommen. Ihr könnt jetzt runterkommen. Das Spawner ist abgeboren. Warte, warte. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh fuck. Oh, oh, das will ich nicht hören. Soll ich runterkommen? Warte mal. Ich buddel mich einfach, soll ich durch? Ganz runterkommen, ja. Da, ich hab dich gefunden. Ich hab Marlin gefunden. Achtung. Aus. Wie zur Hölle? Hä? Wir sind von da hinten gekommen. Okay, gut. Ich hab nicht verstanden, wie ihr da hingekommen seid. Jana, hast du die Werkbank? Nee, ich glaub, die hat Dennis. Ja, ich glaub aber auch die Werkbank. Ah, nee, ich hab noch die Werkbank. Hauptsache, ihr lebt noch. Das ist doch die Hauptsache jetzt erst mal. Bitte. Dankeschön. Sag mal, das sind doch hier alles Zäune, oder? Macht jemand ein Schwert? Ja, ich... Oh, da ist eine grüne Spinne. Ich will das Buch haben. Gib mir das Buch. Da ist noch eine grüne Spinne. Darf ich die hauen? Ja, die ist... Die vergiftet sich sonst noch. Also die ist nicht so böse. Liebe Bücher. Liebe Zaubern. Au. Aber... Ich hab auch ne Karotte gefunden. Das heißt, wir können die Karotte anbauen. Cool. So, jetzt würde ich euch gleich mal wieder sehen. So. Ich seh deinen Namen. Irgendwo hier oben kommen immer noch, immer wieder Spinnen her. Kann ja nicht. Dennis, bleib stehen. Eigentlich. Ja. 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 Hast du ihn durchgebuddelt, oder was? Bleib stehen. Ja, ich find die... Hä, wo ist er denn? Dennis, bleib mal da stehen. Hier. Ja, hier steht grad ein Loch. Achtung. Achtung. Hi. 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 Alles klar. Kann so ne Mina eigentlich einstürzen, wenn man die Zäune wegnimmt? Eigentlich nicht, oder? Nee. Zum Glück nicht. Weil Zäune sind eigentlich ja ganz praktisch, find ich. Ja, aber ich würde die jetzt nicht mitnehmen, weil die dich nur im... Kannst du auch ganz einfach selber craften. Ja, ich weiß, aber... Das ist nervig, die zu craften. Ja. Ja, ja. Ich will ja nicht alle mitnehmen, aber nur so ein bisschen. Mach da so durch die Wand hin, du. Aber la. Ich hab nur noch drei Herzen. Solltest du was essen? Ja, bin ich ja dabei. Oh, ich hab auch nicht mehr so viel, fällt mir da auf. Ich sollte auch was essen. Du hast noch genug zu essen. Jaja. Autsch. Bin total rich an Essen. Ich hab nur vergammeltes Fleisch. Nee, ich hab noch Schweinchen. Möchtest du Schweinchen? Schweinchen nehm ich auch gern. Also eins hab ich noch, ein normales. Soll ich hier die Lava mal zumachen? So. Oh, die Mähne, die geht noch weiter. Wir waren noch gar nicht überall, die Jungs. Nee. Wo bist du denn jetzt? Entschuldigung, ich hab so ein dunklerer reingelaufen. Lava aus, Lava, Lava, weg, weg. Ach. Bis... Ach, deswegen bist du... Okay. So. Na super, wo soll ich hin? Ach, da. Hier runter? Ja, nee, hier ist irgendwie Ende. Ich weiß nicht, wo Janna jetzt runtergelaufen ist. Ich bin nicht runtergelaufen, ich bin wo reingelaufen. Ja, in einen dunklen Gang. Ja, aber nicht runter, sondern so geradeaus. So geradeaus mehr. Vor allem ist hier noch ganz, ganz viel Kohle. Also jetzt ist der Gang auch nicht mehr dunkel, weil ich hab da eine Fackel hingestellt. Hm, toll. Also wir sind ja nicht sonderlich tief, oder? Du wirst sterben. Hey, nein, ich werd nicht sterben. 39 sind wir. Wenn wir noch Dias finden wollen, müssen wir dann das weiter runter. Hier sind glaube ich keine Dias mehr, weil in dem Chunk haben wir schon Dias gerechnet. Also kann natürlich trotzdem sein, dass hier welche sind. Fünf, glaube ich. Fünf, ja. Ja, das ist schon gut. Ja, schon nicht schlecht, ne, aber. Teamwork oder so. Ja, das lief gut. Das lief super. Ich hab einfach immer nur gesagt, ich geh nicht weg, bevor wir Dias haben. Hat geklappt. Sehr gut. Ist nur ausgeartet in fünf Monsterfolgen oder so. Nein. Nein. So, okay. Was sind schon eineinhalb Stunden? Seid ihr hier runter noch? War hier noch was? Das ist schon eine Fackel. Ja. Ja, aber hier war nichts mehr. Hier ist noch Kohle. Versucht mal, euch wieder zu finden. Ja, versuch das mal. Also ich sammle mal die Kohle hier noch ein. Da seid ihr. Weil in meinem komischen Flachland gibt's irgendwie nicht wirklich... Hä? Gibt's... Hi! Hi! Irgendwie schauen wir alle gleich aus jetzt mit den Rüstungen. Richtig verstanden. Ja, das find ich auch irgendwie voll schade. Das war das nicht am Eisen. So, Jungs, wir müssen was erleben. Hier ist ja schon überall ausgeleuchtet. Ja, ich hatte irgendwo noch dunkle Gänge gefunden eben. Hier. Ja. Ja, rennt mal nicht weg. Die Säure in die Treppe treibt die Kreise irgendwo rum. Ich treibe mich nicht rum, ich sammle Eisen. Das hat nix mit rumtreiben zu tun. Ich mach so rumtreiben. Ich treib mich nicht rum. Wir laufen auch eher gerade im Kreis als alles andere. Wow, Mensch, hä? Weil die andere Richtung... Hier ist noch ganz viel. Kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Nimm mit. Warte mal, warum ist die krass? Die Gravel. Warum ist die krass? Warum ist die krass? Nein, das sind die Maske. Ach ja, genau. Der Typ, der wollte nicht erkannt werden und kam irgendwie, meinte nur mit Maske. Und der Dialog geht doch weiter. Ja, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja, warum hast du eine Maske auf? So kam das. Ja, bleib dir noch ein. Und tschüss, Monetarisierung. Ja, und so war der Dialog. Und eigentlich wollten die irgendwie so ein ganz, ganz tolles Video machen. Und als er dann gesagt hat, nee, ich will ja mit Maske bla 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 bla, hat der Produzent gesagt, ja okay, da war es halt richtig trashig. Und so ist es entstanden. Sagt der Produzent jedenfalls jetzt. Und ja, richtig trashig hat geklappt. So. Ja, finde ich ja... Ja, ey, sag mal. Ich mache das Licht aus. Ja, ist ein bisschen auf Krawall heute. Heute? Ja, doch, das ist nur ein bisschen... Ich häng schon wieder in so einem scheiß Spinnennetz fest. Wenn man mal einmal nicht hinguckt. Au. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir finden hier wieder raus. Wir stecken uns sowieso einfach nur senkrecht hoch, oder nicht? Wir hatten bis gestern, also ich zumindest, habe noch einen Plan, wie wir wieder rauskommen. Okay, ich mache hier mal zu, damit wir wissen, dass das hier vorbei ist. Also ich glaube, ich hatte noch nie einen Plan. Nee. Waren wir hier schon mal? Ähm, ja, wir waren hier schon. Da kamen wir runter. Da bin ich hochgegangen. Da waren wir auch schon drin. Da sind die auch. Ich habe euch gefunden, quasi. Hi. Also, hier waren wir doch noch nicht, oder? Hier waren wir noch nicht. Hey, hier ist schon wieder an der... Da, hier. Ah, hier ist wieder dieser lustige Lava-Wasserraum hier. Oh nee, Spinne. Wo seid ihr? Hier runter? Hä? Wo bist du denn? Ich bin gerade in ein Loch gefallen. Weißt du richtig? Nee, Loch gefallen. In Löcher fallen ist immer nicht so gut. Also meistens falsch. Haben wir ja gestern schon festgestellt. Boah, hier ist Skelett-Party, ey. Hilfe. Ich komme lieber zu euch. Hä? Ich würde ja gerne, ich weiß nicht mal, wo du bist. Ach, da bist du. Ähm. Ich glaube, ich bin im Loch drin. Ach so. Das war schon wieder ich. Wer hat da den Creeper explodiert? Ach du. Oh, wer sonst? Skelett. Wie seid ihr? Okay. So, habt verteidigt und so. Ja, wunderschön. Ich bin dazu gekommen. Ich bin gerade alleine. Alleine? Na, wo bist du denn? Alleine. Ja, dann kommt doch zu uns. Toll. Ich bin bei dem Loch sehr präzise. Weil hier auch keine Lächer sind. Dazu gemacht das Loch, aber wo seid ihr? Und hier ist Hans Bonner. Na, bist du, weißt du, wo der Raum ist mit Lava und Wasser? Ich gucke immer nur, wo ihre Namen gerade zu erkennen sind. Ja, das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Ich glaube, das wirst du nicht erkennen. Ah, Raum mit Lava. Ich habe Raum mit Lava. Ja, Raum mit Lava und Wasser irgendwie. Wasser. Ah ja, da sehe ich jetzt wieder einen Namen. Vorsicht, da vorne ist ein Creeper. Wo ist da vorne? Wenn du da weitergehst. Oh, hab ich ja... Nee, das war's nicht. Oh, no. Es tut mir leid. Sag was. Ich weiß gerade... Move. Boom! Das tut mir nicht. Ich weiß, aber... Kannst du den Boom machen lassen? Nee, der ist weg. Sollen wir dir die Koordinaten irgendwie sagen oder so, wie sie das verspringen? Oh mein Gott, der ist gerade so komisch rumgebackt und dann dachte ich, er steht jetzt in mir drin und explodiert einfach. Ja, der ist bei mir auch so gefuckt und ich habe den nicht gesehen. Gibt's nichts mehr, ne? Ist er jetzt tot, oder? Nee, nee, nee. Noch. Ist das eigentlich Absicht, dass ihr die ganze Kohle liegen lasst? Ja. Wir brauchen sie nicht. Kein Platz im Winter. Aber... Aber... Achso, ich habe auch noch... Köhle, 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 köhle... Köhle, köhle, köhle... Du meinst nach den komischen Löchern mitten in der... Hm? Ich geh mal wieder zurück. Aber der Creeper! Und wo war der Sparner? Hier geht's auch noch hoch. Warte mal, wenn ihr keine... Äh... Hey Marlin, ich seh den Creeper gar nicht, wenn ich da hingehe. Ich hab den jetzt auch totgemacht. Totgemacht ist auch eine tolle Formulierung. Der ist weg. Ja, der ist tot. Und wo war der Spawner? Da links. Okay, wo sind jetzt die anderen Seiten? Das weiß ich noch nicht. Aber die hab ich schon weggemacht. Nö. Wir gehen jetzt hier erstmal hoch. Komm zurück. Und hier sind sie doch. Wo ist zurück? Zurück. Sind wir. Hallo. Wo bist du jetzt? Hoch. Ja, auch hier. Boah, ist das anstrengend. Ich bräuchte so ein Radar, was mir anzeigt, in welche Richtung ich gucke. Ja, überhaupt ein Radar wäre schön. Ey, das war so furchtbar gestern. Weil Marlin und ich, wir sind beide so Menschen, die einfach irgendwo loslaufen. Und wir haben wieder in verschiedene Richtungen geschaut. Ich will unbedingt diese Folgen sehen. Bitte schneid die schnell. Da kommt Schienen. Schienen. War so groß warm, ehrlich. Weil wir haben dann gesagt, komm, wir gehen jetzt in eine Richtung. Und dann da rauf. Ja, plötzlich war sie weg. Ups. Ja, äh, sorry. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Verlustängste. Komisch. Kann ich mir gar nicht erklären. Ja, ich finde, nach so einer Nacht im Doppelbett, da ist man halt auch einfach schon ein bisschen angefixt. Ach, was? Zitat Jana. Oder so. Ach shit, ich hab gar keiner. Ja doch. Dennis, hast du noch Eisen, gebranntes? Also, gebranntes. Ich hab Öfen. Kannst du da mal von der Krone runtergehen? Gebratenes Eisen, Steffi. Gebratenes Eisen. Ich hab nur zwei, ich brauch eingebratenes Eisen, damit ich mir nochmal eine neue Pickaxe machen kann. Dann stell mal Ofen hin, Dennis. Ja, jetzt geh aber erstmal ins Licht. Nein, du sollst hierbleiben, nicht sterben. Licht. Naja, ins Licht gehen. Wenn man die Witze erklären muss, ist er nicht mehr lustig. Ja. Kommst du her? Ich nehm jetzt meine blöde Holz-Pickaxe. Boah, ich finde sowieso in unseren Zwischenfolgen, da können wir doch eigentlich überziehen, wie wir wollen, oder? Keine Ahnung, was ist das denn? Oh. Keine Ahnung. Ja, ja, wir überziehen einfach. Wir lassen das mit der Begrüßung zwischendurch einfach. Wir können ja auch sonst einfach in der Mitte irgendwo kanten. Ja, ich glaube auch. Das mach ich mit dem von gestern auch. Ah, danke dir. Achso, und ne Workbench brauche ich noch. Hä, hast du die? Ne. Ich hab die. Hier ist nix. Warte, ich hab eine. Huch. Ne, das war es irgendwie nicht. Keine Workbenches bauen, wenn wir noch eine haben. Also es geht uns das Holz aus auf unserer Höhlen-Tour. Das ist geil, da. Ich hab immer Holz abgebaut aus der Mühlen-Konstruktion. Eben. Das ist schlau. Aber ich kann mir... Okay. Da sind wir noch nicht drauf gekommen. Hm. Nein, wir haben hier kein Holz. Das geht doch nicht. Ja, weil ich nehm die auch sonst gut mit. Also ich hab noch genug Holz. Also ich hab noch genug Holz. So muss ich es nicht auch. Alles klar. Okay. Waren wir jetzt noch irgendwo nicht hier? Ich hab eben noch eine Station, also eine Etage weiter oben gefunden. Aber ich weiß nicht, wo genau. Warum schreifst du dann nicht gleich und merkst dir, wo das war? Weiß ich auch nicht. Ich frage mich bloß. Das geht so nicht. Äh. Hä? Ich hab keine gebaut. Achso. Nein. Das ist ein bisschen unkratzt. Ich wollte die Lava zumachen. Ja, okay. Komm, wir suchen die jetzt. Bauen wir mal eine Luft an. Dann müssen wir wieder, glaube ich, zum großen Loch. Klingt da ein Plan? Das ist einfach ein guter... Das ist ein guter Anhaltspunkt. Weil ich die Lava zugemacht habe. Aber wo ist denn das große Loch? Bitteschön, hier Licht. Stell hin. Bin ich irgendwo runtergesprungen oder so? Wir müssen da hoch. Boah, hier ist noch dunkel. Hier, schau mal, hier ist ein unklar Gang. Ja, ich hab das Loch gefunden. Ah. Okay. So, und jetzt, glaube ich, hier... Boah, da waren wir ja schon. Da ist ja schon ausgeleuchtet. Ja, wir waren auch schon. Aber wir waren natürlich in dem Loch. In dem... Nee, also in dem anderen Minenshot. Hey, hier, guck mal, hier. Hier geht's weiter. Guck mal. So, dammelt uns mal ein, bitte. Ketti, wo bist du? Warte, hier. Ich sehe eure Namen. Oder... ...unter uns. Ja. Wir sind unter euch? Und? Also, ich sehe eure Namen. Ja, ihr seid so schräg unter uns. Guck mal nach oben. Vorsicht, ja, noch nicht weiterkommen. Achtung, da kommt ein... Klopp. Seht ihr uns? Ja, ich sehe da was. Ich sehe hier aber auch Eisen in der Richtung. Deswegen... ...abbau. Habt ihr... Habt ihr eigentlich noch ein Ziel in dieser Mine? Äh... Unerforschte Gänge. Oh, warte. Ich sehe eure Namen wieder nicht mehr. Oh, doch hier. Hier. Hallo. Hallo. So. Supi. Anna. Wo jetzt hin? Ja. Irgendwie wieder raus? Oder braucht ihr noch was? Oder wollen wir noch mal weiter runter? Also, wenn noch irgendwo ein Gang ist, wo wir noch nicht waren, dann los. Gibt's noch eine Ebene weiter unten? In vielen Stellen ja Kohle und Eisen eingesammelt sind immer, wenn ich Gänge, Gangenwände kaputt gemacht habe, erschienen dahinter neue Gänge. Also... Ja, das ist voll oft so. Das ist richtig krass. Oh, hier ist auch wieder Lava. Ja, hier ist wieder der große Raum. Ja. Alles klar. Einen so eine Grasbüschel. Na dann. Äh... Okay, dann gehen wir hier durch. Oder wie? Dum dum dum. Dum 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 dum. Oh, eine Spinne. Hä? Hinter dir. Ja. Naja. Ja, lass die Spinne raus. Spinne... Ah, Kohle. Wo seid ihr? Keine Ahnung. Ach, was denn? Was denn? Mann, hier ist Kohle. Oh, cool. Auch mit Gravel? Wo seid ihr denn hingelaufen? Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Hallo. Ja, wir sind wieder zum großen Loch. Wo ist das große Loch? Ach, ja, war klar. Ich denke mir weiter darüber nach, wie ich denn, äh, das dann so durchcutten kann. Aber wahrscheinlich mit mehreren Sequenzen oder so. Hä? Das Loch gefunden. So. Und wie kommen wir jetzt hier zu den anderen beiden? Durchlaufen? Was ist denn hier hinten? Waren wir denn hier hinten? Oh, hier ist Eisen. Ah, hier. Dann buddel dich doch einfach durch. Da ist ein Kripper, der hinter dir explodiert. Au! Oh Mann, jetzt habe ich mich so erschrocken. Ah! Hat er dich gewarnt? Ja, ein bisschen spät. Ja, von der ersten Minute gesehen. Dann sag mir doch nicht, dass du mich gewarnt hast. Das ist doch Unsinn. Es war vor der Explosion. Ja. Ach du, der explodiert. Ja, das fühlt sich auch. Alles klar. Es kommt ja nicht, dass wie lange der schon blinkt hinter dir ist. Doofes Vieh. Alter, der Creeper nicht. Jetzt ist einer hinter mir explodiert. Habt ihr den gehört, den Creeper, der hinter mir explodiert ist? Ich habe nichts gehört. Dann seid ihr echt weit weg. Komisch, Jana. Wie kommt das nur? Aber ich habe dunkle Gänge gefunden. Das ist schön. Boah, hier. Da sind viele, ey. Oh Gott. Wie finden wir euch? Du bist, wie du bist. Oh, nee. Nur noch zu essen. Wir würden ja jetzt gerne mitmachen bei euch, aber... Oh, ganz viel Wasser. Wasser? Ja, dann lass doch mal deine Höhe an. Bumm. Ähm. Warte. So. Oh, Wasser. Meine Höhe ist... 1,40. Okay, dann müsst ihr also schon mal über mir. Ja, ich bin recht weit oben. Höhe? Hä? 39. Oh, da kommt denn eine andere Flick. Hallo. Hallo. Du seht sie, Jana. Creeper! Habt ihr noch was zu essen? Hat irgendjemand noch was zu essen? Ja. Äh, ich habe noch ein bisschen was. Jana, kannst du die Koordinaten auch in einer anderen Tonlage? Oh. Nee, ich habe kein Essen gekriegt. Ich bin, glaube ich, an dir vorbeigelaufen in dem Moment. Ja. Da, essen. Ah, danke. Such. Ja, was weiß ich denn? Ich bin schon wieder cool und so gerochen und war schon das fast. Das ist gar nicht wahr. Minus 976 minus 530. 976, dann bist du nur 20 Wecke entfernen. Ich habe nur noch 610. Minus. Ja. 610. Aua. Hä? Nee, mit Fleischhauen ist vielleicht nicht so effektiv. Geh weg. Wehe. Vielleicht sollten wir hier erstmal hoch. Dass wir schon mal auf die gleiche Ebene kommen. Au. Au. Hihi. Au. Mann. Wie geht denn das nicht? Hä? Kommst du da hoch? Ähm. Wenn du nicht schubst, kann ich mir schon. Warte mal. Warum machst du den weg? Den habe ich da extra hin gemacht. Naja, weil man da nicht drauf springen kann. Okay. Da ist ein Problem. Ah, hier. Sag ich doch. So. Ja, ja, okay. Das hat irgendwie nicht so viel geholfen. Au. Von oben. Siehst du auf der zweiten Seite? Ja. Ach, geh doch mal weg hier. So. Okay. Gut. Ah, da! Oh, mein letzter Fackeln. Ist Ende. Ach, Eisen. Tschüss. Nee, Jana, wir finden die wieder zu dir. Beam dich doch einfach zur Not. Ich habe hier den Creeper jetzt einfach zugebaut, dann kann er mir nichts tun. Das ist auch gut. Also beschäftigt er dich immer noch. PACK! Nee, das ist jetzt ein anderer, der da vorher schon explodiert. Was sind noch mal deine Koordinaten, Jana? Immer noch? Ich habe Gold und so gefunden in der Kiste, aber das Problem ist, ich weiß nicht wohin damit. Minus 530 war das letzte Mal. Oh, Punch 2 Buch. Cool. Uh. Ähm, gleich. Warte. Ah, nein! Jetzt bin ich rausgetappt. Hä? Warte, ich muss wieder in mein Spiel rein. So. Du bist im Spiel rausgetappt. Na, du bist ja auch gut. Ja. Minus 941, minus 531. Okay, in welche Richtung müssen wir denn laufen? Wir können es einfach durchbuddeln. Die hier. Die hier würdest du mir noch gut umnehmen. Die hier. Wirst du darstellen? Oh, ich habe Eisen gefunden. Willst du mal zu uns kommen? Versuche ich ja. Nee, nee, versuchst du nicht. Du hast Eisen gefunden. Hä, das widerspricht sich nicht unbedingt. Diese Frau. Halsche Richtung. Guck nach hinten. Entschuldigung. So, wir müssen in diese Richtung rundenlang... Da hin? Wir können ja erstmal den Gang rundenlang gehen. Dann hilft ihr eure Arbeiten. Also es gibt einen Gang hierhin. Ich bin auch einen Gang gelaufen. Okay, und go. Go, 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 go. Macht ihr jetzt also eine Karawane? Ja. Minus 590. Cool. Minus 590. Hier geht es. Sehr gut. Läuft ihr einfach hinterher. Autsch. Wenn ich jetzt wieder weiterlaufe, ist es wahrscheinlich... Nee, oder? Nee, ich glaube, jetzt bitte mal einfach stehen. Minus 590 kann das stehen. Was war bei dir? Minus 530? Okay, dann müssen wir ein Stück in die Richtung. Ich sehe Janas Namen. Oh mein Gott. Ja. Hä? Ah, ein Skelett. Au. Oh, ich habe ihn gehört. Ah. Ich verstecke mich am besten. Zombie. Hä, das ist kein Zombie, das ist ein Skelett. Bei jedem ist ein Zombie. Hä? Achso, du bist gar nicht hier. Wo zur Hölle bist du? Ach da. Ja, genau, genau. Oh, Creeper hinter dir ist. Wenn ihr euch da reinbuddelt, da kommt Creeper. Achtung. Ich habe, da ist es da, wo ich den Creeper eingebaut habe. Haben wir den jetzt freigebuddelt? Ich bin jetzt hin, ist echt so gut. Keine Ahnung. Hast du noch Fackeln? Ich bin gerade alleine. Kannst du, hast du, hä? Hier. Fackeln? Ja, hallo, ja. Oh mein Gott, hier ist ein Gang. Danke, jetzt kriege ich den Müll. Oh Mann. Nein, ich ver... Der ist ja süß. Jetzt? So, und jetzt mein Struggle ist, da oben geht es weiter. Ja, und hier hinten, hier, komm mal mit, mitkommen. Ja, ja, komm ich, komm ich. Hier geht es auch noch weiter, in verschiedene Richtungen. Oben und unten und überhaupt. Ich bin für den hier. Ach du Scheiße, das hört ja nie wieder auf. Oh, Eisen. Nein. Pilze gibt es hier. Weiß Dennis inzwischen aus welchem Film dieses Zitat ist? Pilze? Pilze gibt es hier? Nö. Oh, Dennis. Du hast mich nicht aufgeklärt. Herr der Ringe. Ach so. Oh nein, mein Inventar ist voll. Ich weiß gar nicht, wer das sagt. Pipin sagt es. Bin ich mir ziemlich sicher. So, ich werde hier gefunden. Halt mal wieder eine Lochung. Ach Mann, no, Lästerbacke. Wo sonst? Ein guter Minecraft, da hängt halt gelegentlich mal in einem Loch rum. Ach so. Oh, das ist ein Lob. Ha? Was? Das war ein Lob? Ach so. Ja. Ja. So. Hab ich jetzt etwa wieder irgendwas eingesammelt? Ich kriege es nicht. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Einen goldenen Apfel. Einfach mal so, lag er einfach mal rum, oder wie? Der in der Kiste, oder? Nee, in der Kiste. Wir sind gerade am Schienen einsammeln. Ich steh's auch nicht rum. Ich glaub für die erste Bahnstrecke haben wir noch hohe. Nee. Du kannst ja vor allen Dingen nicht einfach gerade durch, äh, so ohne weiter. Ja, das ist nicht Hochgeschwindigkeitsstrecke. Haben sie im Jürgen auch halt auch gesagt. Ja, ich nehm' grad auch noch die ganzen Activator und Power-Trails und so mit. Ja, die hab ich, du kannst die mir sonst geben, weil die hab ich auch schon. Oh, ja. Welche hast du schon? Alle. Ich hab alle vier. Ich geh mal was töten. Oh. Hallo. Würde ich ja gerne. Hast du noch für 34 normale auch noch Platz? Geht ja denn? Hier. Nee. Aber kannst du trotzdem geben. Ja, nee, nee. Ich kann die schon behalten. Also dann hab ich ja mal einen Strukturen. Ach so. Ja, dann. Geh kaputt. Geh da, Mike. Okay. Okay. Puh. So, aber... Oh, da oben geht's wieder weiter. Wie viel sind wir jetzt wieder? Ja, die Inventare sind jetzt voll. Dann können wir die Koordinaten nicht aufschreiben und erstmal rausbiegen für heute? Meinetwegen. Weil das ja eigentlich ein bisschen Schummel ist. Rausbiegen ist jetzt cheaten. Entschuldigung. Ja, wir haben uns ja auch zu euch geblieben. Aber wir sind hier reingelaufen, ja? Wollen wir hier mal festhalten. Wir haben den Fick auch uns genommen. Da drüben geradeaus, würde ich sagen. Da drüben geradeaus. Ja, hier. Ja, hier unten. Hier und dann geradeaus. Hallo. Dann haben wir jetzt nicht die ganze Kohle noch mit ein. Das wird mir jetzt auch echt zu viel. So. Jana, halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ich hole dir jetzt die nächste Kohle. Ja, ich weiß. Ich zitiere. Nee, cool. Das interessiert mich, wenn ich geschwätz von vor drei Sekunden. 20 Sekunden, ja, genau. I love you. Oh, Jana, da oben geht's auch noch weiter. Wo? Da. Waren wir da noch nicht? Nee. Autsch. Oh, hier ist noch eine Lore. Vorsicht, noch einer. Bis einer stirbt. Kunst davor. Kunst davor. Mach da bitte zu. Dankeschön. Ach, neue Fackeln. Ich will nicht sagen, dass das klappt war, ne? Aber es war knapp, ja? Mach ich mal ein halbes. Nee, tatsächlich noch eins, aber... Tetti habe ich wieder gefunden. Wo seid ihr beide wieder? Ich schmeiß jetzt gerade den ganzen Kram, den ich nicht brauche. Wir sind jetzt runtergefallen, oder? Da kommt einfach noch einer. Dann töte du den. Jana, brauchst du noch Knochen für Töfti? Boom. Immer, immer, immer. Kann ich auch gern bei mir stecken. Wenn ich das das nächste Mal sehe, dann... Frage es bloß, wo ihr seid. Oh, sieh dir. Teile sind nicht wichtig, ja? Also, ich benutze eh keine, weil ich nicht... Bau sie einfach ein, bau sie zu. Ich bin in Auge... Was ist mit Kürbisken? Ah, ich hab sie gefunden, Dennis. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Du baut noch mal mit Blöcken und nicht mit Schwert, Marlene. Oh, das war ja noch nicht verstanden. Vielleicht nehme ich die Kürbis... Na, okay, ich nehme diese... Die Kürbiskerne kannst du da lassen. Hast du selber noch welche, ne? Melonenkerne? Boah, hier sind noch mehr, aber da ist eine Kiste. Das haben sie auch. Züchtet sich ja auch gut nach. Ich weiß. So, Dennis, komm mal mit. Wo bist du? Neben dir. Was machen denn diese ganzen dreckigen Creeper hier? Ich weiß das nicht. Das hört sich so an. Ja, das kennen sie gut. Ah, ihr hört das? Ja. Das ist schon mal... Mist, jetzt leh ich euch wieder... Ah, da hinten. Wo ihr seid, aber... Hab sie, hab sie. Ja, ich hab ganz viel Kohle jetzt liegen lassen. Vielleicht nicht mehr. Okay, vielleicht fliegen gefunden. Was? Was wollt ihr zu sagen? Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. War auch nur haft, aber... Ihr bewegt euch. Na, nachher macht keinen Schatz. Ja, wir sind jetzt da drüben. Ich hab mich richtig erschreckt. Ähm, wo seid ihr? Ja. Da. Hier. Hallo. Ach, du hast ja auch... Durchgebuddelt, ja. Schön. Ich bin dafür mit Treten ziehen rückwächtig. Ja, ich wäre jetzt auch langsam mal dafür. Wo geht der lang? Keine Ahnung. Hochstacken. Keine Ahnung. Und dann auf Lava stoßen und dann sterben. Ach, was. Hat jemand schon Schwarzpulver? Nein, man sieht es ja, wenn über einem Lava ist. Ups. Wir hatten gerade Zuckersimmer. Ich war es diesmal nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall sind wir wieder beim großen Loch. So, ich hab noch eine Lore mitgenommen. Wir können gar nicht so weit entfernt vom Ausgang sein. Okay. Ja, aber das große Loch war doch nicht am Ausgang. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ihr seid. Aber es war der Wichter. Zum Heulen. Ach, da. Nee, da ist Dennis. Am großen Loch. Ah, ja, ja, okay. Ich hab schon. Ich hab schon. Ja. Ja. Ich bin nicht alleine zurück. Äh. Der kleine Dennis möchte gerne hier abgeholt werden. So, jetzt mitkommen. Für Spieleparadies abgeholt werden. Wir müssen doch mal ein Kugelloch abgeholt sein. Du bist schon ganz Schwarz. Wir müssen hier hoch, glaube ich, Jana. So. Ach, scheiße, wo seid ihr denn jetzt? Ja, in der Richtung. Wartet kurz auf uns. Wir kommen. Ach, da. Die Richtung. Dum, dum, dum. Du, 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 dum. Pickaxe. Ich liebe meine Maus, ja, aber für sowas ist sie echt scheiße. Ja, total, ja? Hier sind dunkle Gänge. Hier kamen wir bestimmt nicht her. Auch drüben? Ja, da drüben ist auch dumm. Ich bin neugierig. Wir sind hier in 40, so tief drin ist das gar nicht, oder? Doch, oder? Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Boah, ich hab noch ne Kiste gefunden. Sollen wir jetzt weiter nach oben, oder wie ist das da? Würde ich mal sagen, dass wir uns jetzt anfangen, aufzubauen. Oh, ne logo. Hä? Wie seid ihr denn hier hochgekommen? Ach da. Ne. Oh, ne. Äh. Hier ist schon noch ein Brot. Mag jemand ein Brot? Kannst nicht mitnehmen. Fang jetzt an der Treppe hochzubauen, okay? Oh, eine Lore. Ich nehme auch noch die Schiene mit. Sehr gut. Mach jetzt den Ausweg. Mach jetzt den Ausweg. Geht's schneller, wenn wir eine Treppe hochbauen, oder wenn sich jeder einfach für sich hochstackt? Hochzeitsdecken ist teilweise halt dann zu riskant, ne? Ich zieh mir nur noch Steffi. Na, hier mit. Siehst ja, wenn über dir Lava ist. Da kommen ja so Lavatropfen durch. Aber das ist ja mal eine ordentliche Treppe, das ist cool, ne? Alles klar. Hä? Was ist mit? Aber wir sind schon oben. Tada. Tada. Komm. Die Frage ist, wo wir jetzt rauskommen. In einem Dorf. In einem Dorf. Okay. Hieß es nicht irgendwie, Minen sind meistens? Oh mein Gott. Das ist ja schön. Na, was ist das? Aber was schmeiß ich jetzt weg? So. Ich habe noch ganz viele Äpfel gefunden. Du hast doch schon eine Karotte, oder? Ja, ich habe eine Karotte. Dann kannst du hier mal aus dem Dorf die Karotte nehmen. Wo ist denn das Dorf? Und ich habe Pferderrüstung. Cool. Oh. Weil ich kann die Karotten nicht ein... Ah, hier wäre wahrscheinlich der Eingang gewesen oder so. Oder einer der Eingang. Nein! Mist. Oh, eine Kuh. Ah, und hier ist noch was angebohrt. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, da hast du Kartoffeln mitgenommen. Äh, Kartoffeln habe ich mitgenommen, ja. Samtlück ernte gerade mal. Ich habe zum Beispiel noch keine Möhren und so. Ja, habe ich doch jetzt wieder mal. Bücherregale. Uh, sehr schön. Die machen das dann schon. Oh, ja. Malaposte nehmen. Ja. Nein, ich habe keinen Platz mehr. Platz für mich? Ich kann mich nicht einfach mehr. Okay. So. Wo liegst du denn nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich habe die Koordinaten allerdings von meinem Zuhause, also. Zur Not beam ich mich hin, wenn ich keine Lust habe zu laufen. Wir können ja hinlaufen, aber dafür müssten auch die Koordinaten sitzen. Ja, schon klar. Ah, da seid ihr ja. Sehr gut. Hallo. Würdest du ein paar Karotten haben? Okay. Herzlichen. Hm. Also ich habe fast 150 Schienen. Das kann man anfangen. Joa. Wunder. Jana, wo bist du jetzt lang gelatscht? Ähm, ich bin in so einem Haus drin und plündere eine Kiste aus. Hä, wozu braucht man denn weiße Blumen? Weißer Farbstoff ist ja irgendwie nicht so sinnvoll, oder? Ja, wenn du was weiß färben willst. Sollte man was weiß färben? Kannst du ja auch Lederkleidung äußern. Na okay, gut, das ist ein Argument. So. Sieht zwar kacke aus, aber das ist ja egal. Das kannst du zwar machen, das sieht zwar scheiße aus, aber das schnurrt. Aber die Möglichkeit besteht. Versteh ich schon. Oh, orangene Blumen? Willst du deine Münze reinwerfenden... Münze? Hä? Was? Der war schön. Kannst du mich wieder rauslassen? Ja, natürlich. Ich weiß gerade, ob ich das wissen will. So, okay. Ich sag dir mal unsere Koordinaten an, wo wir hin müssen. Hm? Vielen Dank.